So, und dann sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge vom PvP-Mittwoch. Ja, ich hab das jetzt hier grad mal ein bisschen verpennt. Das Spiel hat schon angefangen. Wir zocken heute Skywars und wieder mit dabei ist Mr. Boni, so wie letzte Woche. Ja, hallo. Ja, schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Ist natürlich kein Muss, aber ich wollte es auch nur mal gesagt haben. So. Und ja, dann hol ich mal erstmal ein bisschen Holz hier. Und ja, letztes Mal, wo ich jetzt Skywars gezockt hab, war ja ein bisschen am Failen. Und ich hoffe, heute ist es nicht mal so schlimm. Ich bin, wie gesagt, immer noch ein ziemlicher PvP-Noob. Aber das gibt sich mit der Zeit hoffentlich den... Ah, jetzt leckt sie wieder so scheiße. Ah, er schenkt mir einfach nur seine Pfeile. Ja. War aber mir letztes Mal auch so, da hat er irgendwie dann immer zu mir die Pfeile geschossen. Ich konnte einfach einsammeln. So, Direktteilung habe ich ja auch. Das ist sehr gut. Jo, ich hab ihn, glaube ich. Ja. Oder zwar ein anderer. Da drüben bist du ja. Ich war's nicht. Oh, wie machen wir's denn jetzt am blödesten? Tja. Erstmal defensiv rangehen. Ich glaube, ich hol mir dann erst mal dieses Eisen und so. Ohr, an der Steine gibt es ja schon hier, ne? Na gut, dass aber noch was drunter, dass er nicht runterfällt. Wie das ist, wie das leckt, äh, das ist unfassbar. Ich glaube, das liegt auch mit dem Soho. Ja, ich brauche mir mal eine kleine Schutzmauer hier. Mach mal zusammen, ja. Na? Und da drüben ist dann noch einer. Ja, Otto. Ich sehe das Name steht jetzt nicht. Ja. Ich glaube, das kann ich noch mehr. Ich sehe noch zwei Leute, aber ich kann mir jetzt erst mal das Eisen da holen, ne? Oh, ne, mit Slaps geht das ja besser. Stimmt. Na. Ah, scheiße, jetzt. Ach, das leckt so, das könnte immer noch zum Verhängnis werden, naja. Möglich, ja. Äh, gibst du noch, Markus? Hm, ich bin nicht. Hä, was? Scheiße, scheiße, Alter. Ich habe keinen Fall, ich habe nur einen Bogen. Ah, ne, sechs Pfeile hier. Nein, nein, scheiße, Mann. Nein, 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 einer Ort. Das kann immer nicht wahr sein. Oh, du bist tot. Scheiße, du mich allein durchschlagen. Hm. ich könnte schon mal eine neue Runde starten ich will wie das geht also und ich glaube ein Kit kann kann ich gar nicht nehmen Otto auch egal was oh die kämpfen da drüben gegenseitig oh ich bin mit ihm alleine nur noch so gleich startet das nächste Spiel bei mir ich lasse das jetzt einfach mal drin in der Aufnahme ist ja egal ok so komm jetzt los ich bin in seiner Burg drinne ja so jetzt in 20 Sekunden startet es bei mir ja und nein es laggt auch bitte nicht oder hoffentlich nicht ne doch geht so aber gute Sachen habe ich hier schon Eisenrüstung und Eisenschwert ist sehr gut das ist auch noch ein bisschen merke ich finde warum die Blätter hier nicht die kennen doch auch Mensch so ein Nut zu müssen und und das sind ja geile Sachen geilgoldene Äpfel Alter was vom Glück muss man haben oh scheiß jetzt hängt ach nein Seng Hä, gleich ein Ofen hier? Das ist ja richtig geil hier ähm was wollt ich mir jetzt machen? Achso ne Werkbank erstmal natürlich ach, jetzt mach ich erstmal alles in Sticks ich bin immer so abwesend Hä? was? ach, jetzt packt das Crafting hier noch rum ne doch, jetzt hab ich's Alter das hasse ich Lava Eimer, Trank der Direktheilung Lava Eimer, Trank der Direktheilung aber wenn man runterfällt, nutzt der Eimer natürlich auch nix Hä, das kann ich nicht abbauen jetzt jetzt und ne, das Beispiel dazu ja, ich würde gerne zu dir kommen, aber ja, das macht sich ein bisschen blöd hm 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 also mein Internet ist immer noch dieselbe Aufnahme die letzte Woche und da ist mein Internetnet immer noch am Button mein Bogen gedroppt oh nein, das ist natürlich scheiße also wie viel Eisen es geht die Maus nur nicht richtig ja, nee ähm, Eisen zu melzen meines Erachtens mal jetzt so, nein, jetzt ruckst du dich da hinten, treffe das ist immer geil, wenn die sich ah nein, doch, ich hab ihn getroffen aber er hat sich gesagt getötet Töte k k k 3 kritisieren das andere für sich nicht mehr mit den Künstlersten ja ich hab alle er hat es noch gerettet ja noch ein Eisenschwerter durch die Zeug das ist auch genug Pfeil habe ich schon mal das sehr gut und nach Bauer Trank des Schadens so einer ist runter schon mal zwei noch übrig insgesamt oder ohne mich jetzt ist er dann noch der Einzige ja ich hab ihn so gut aber auch zwischen Schutzwall Scheiße und wir können nicht nur das nicht abbauen zum Glück habe ich genug Pfeiler es sagt gut da komm nein du spring doch raus aber der Pfeil ist noch zu tief das ist aber dumm da komm hä was macht man da nur ich brate ja meine ganzen Pfeile gerade ja komm doch mal bleib doch mal still hier komm ich hörts auf sieben Pfeiler sind draufgegangen ungefähr ich stopie ihn gerade durchs Gras ne da hat es sich auch oh jetzt ist er ganz nah mit Schneebänder ach so gut sie machen Schatten Scheiße er ist bei mir ey wieso kann ich denn hier nicht bauen treffen müsste man können ach schon wieder nicht ich bin echt schlechter jetzt ach wieder daneben weil das immer leckt ne naja ich lass es jetzt mal und hol mir mal das Eisen aus dem Ofen kann ich mir vielleicht noch einen Helm machen ja geil geil ist das denn alter was ich bin hier gerade in der Welt ne und hab einfach mal mich rüber gebaut ja auf ne Insel wo keiner war um es wird und da war eine Kiste und die ist voll schade schade das ist kein Enderperlen oder sowas habe n wenn die Kisten irgendwie nachgefüllt anlebt das Wurst zu tun kann der Krotze vor ein auch ich doch die Enterperlen muss gehen wir nicht so groß nicht auch die Schwingen geradeaus ach so um mit dem so wie Schneebänder und ein die weitergeworfen und selbst es wird uns wieder ab ich müsste mir hier und in der kleinen zu nicht roter hat wird das schenkt mit einem sehr gut und jetzt muss ich doch die aufnahme unterbrechen ja leute da wurde ich gerade leider aufschlagen wie das so ist wenn man die bvp man hat macht dann Prozent gibt es ja nicht viel zurück und man ist auch nur noch mehr weil ich denke mal das Video ist jetzt lang genug oder ok aber noch so noch mal zocken wenn du Bock hast ja auch so noch machen ok dann würde ich sagen wir sehen uns dann nächstes mal wieder und am Freitag kommt dann noch ein Infovideo das wollte ich eigentlich heute erzählen dass ich dann halt im Urlaub bin und so aber naja gut dann bis zum nächsten Mal und tschüss